So, wir sind hier im Castellapark auf Mauritius und sind hier am Löwengehege. Die sind da hinten und man kann hier rein und kann die Löwen auch streicheln. Und das werden wir auch gleich dann tun. Da hinten sind auch nochmal welche. Wahnsinn, wirklich. Ihr seht, die Leute laufen dort rein und haben alle... Hier laufen die Leute und dort...